Kein einziger wird aufstehen, wird seinen Platz verlassen, wenn du scheißt. Wollen wir's ausprobieren? Ja! Glaubst du, einer will Ärger haben in Urlaub? Den Zeugen spielen vor der Polizei? Nein, die bleiben alle liegen, wo sie liegen, wetten. Wo ist dein Pass? Jean, wo ist dein Pass? Ich brauch deinen Pass. Wo ist er? Pass? Für die andere. Das also ist dein... Dein Pass. Du gibst ja dein Pass und entkommst du das zu dein Geschäft. Geschäft? Du lässt mich laufen für den Pass. Das ist doch nicht wahr. Ich habe nichts mehr. Das war doch alles in der Tasche drin. Kein Geld, kein Pass, nichts. Du hast doch alles mitgenommen. Das hier ist geliehen. Ich habe nichts mehr. Nichts! Ich erwisch dich. Irgendwo! Ich mache das noch... – Du hast es mir auch mal등. Das ist mir auch mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ¿Tiene usted problemas, señorita? ¡Ah! 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 Vielen Dank. Schau mal, habe ich geschenkt bekommen. Oh, that's nice. Schön. Schau mal. Was he down? Ja. Was he da? Was he da? Hallo, Mike. Hi. Marine. Es ist kalt, du frisst. Es ist kalt, du frisst. Es ist kalt. Es ist kalt. Es ist kalt.